Wichtig ist die Fußgängerzone, aber das ist der erste Schritt. Es müssen weitere Schritte folgen, weil von herein kommt nichts. Man muss gemeinsam die Stadt, die Geschäftsleute und auch die Bürger versuchen, Leben ein Hauptnachweis zu bekommen. Von herein, wir haben es nicht schaffen, müssen gemeinsam arbeiten. Der Lobbyismus, praktisch Geschäftsleute, der Stadtrat, auch die Vereine, die Bürger müssen gemeinsam arbeiten, damit wir in Kaffenhof als wirkliche Interzentrum bekommen, das sehenswert, das auch lebenswert und das auch einkaufswert ist, weil die Innenstadt wird, wenn man nichts weiter tun, langsam veröden, wir müssen auch versuchen, die Innenstadt mehr zum Wohnzentrum zu machen, Wohnungen in die Innenstadt zu bringen, weil wo man wohnt wird, weil es wie immer, da gehen die Hölzer auch zum Einkaufen, da wird sich mal diese Fußgänger auf dem Hauptplatz in den Städten, die sind auf dem Gehsteigen, in den Weg in die Stadt, das ist so, wir haben das hinbekommen anders, schaffen wir es nicht, wir müssen gemeinsam Verklebte entwickeln.